Hallo, liebe Zuschauer vom Sat.1-Restation Center, das ist Caro und ich bin Ria. Guten Morgen. Habt einen wundervollen Start in den Tag. Willkommen zu Hause bei Deutschlands bekanntester Flüsterqueen. Hi, ich bin Mina, eher bekannt als ASMR Miss Me, bin 32 Jahre alt, lebe in Mainz und bin ASMR-Künstlerin oder ASMR-Tist. Was das ist, erklärt sie uns gleich. Im Internet schauen insgesamt über 5 Millionen Abonnenten zu, wenn Mina, alias Miss Me, ins Mikrofon flüstert. So schön, dass du da bist, mein Liebling. Schmatzt. Es bürstet. Pinselt. Oder mit anderen verrückten Dingen Geräusche macht. Denn das soll auf manche Menschen total entspannt wirken. Der wissenschaftliche Fachbegriff, ja, dazu gibt es sogar Studien, lautet ASMR. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response, ist ein total verrückter Begriff, aber einfach erklärt ein entspanntes Gefühl auf der Haut, so eine Art Kribbeln, sogenannte Tingles, die dann erzeugt werden, so von Kopfhaut bis Rücken runter, was erzeugt wird durch so ein Flüstern oder auch durch visuelle Effekte. Ich will mehr über Minas Flüsterwelt wissen und besuche sie zuhause in Mainz. In ihrem Arbeitszimmer gibt's neben dem Mikrofon eine ganze Menge Gegenstände, mit denen man Geräusche machen kann. Die nennt man Trigger, auf deutsch Auslöser. Wie viel von diesen Triggern hast du ungefähr? Oh, mehrere hundert, ich habe ehrlich gesagt noch nicht gezählt. Seit 2019 macht Nina ASMR-Videos. Anfangs noch neben ihrer Arbeit in einer Werbeagentur, heute kann sie komplett von den YouTube-Klicks leben. Die Reaktionen aus ihrem Umfeld waren erstmal unterschiedlich. Meine Freunde, sag ich mal, waren super aufgeschlossen und fanden es total spannend und interessant. Viele davon kannten es auch noch gar nicht. Meine Family war so ein bisschen skeptisch und hat das nicht so richtig verstanden im ersten Moment. Also das war so der erste Kontakt, wo sie dachten so, mh, das ist aber schon ein bisschen komisch, was du da machst. Und so sieht es aus, als ich Menschen auf der Straße Minas Videos zeige. Ich bin gespannt, ich ahne Böses. Okay, ich fühle mich ein bisschen leicht genervt, weil ich mag diese Videos nicht. Ich finde, irgendwie wirkt das beruhigend. Finde ich ganz schrecklich. Ob sie mich jetzt hypnotisieren möchte? Ja. Aber so auch dieses Hören ist sehr interessant, aber... Also die Bandbreite bei ASMR ist gigantisch und wenn man per se sagt, so nee, das ist nichts für mich, dann hat er noch nicht den richtigen Trigger entdeckt. Bin ich der Meinung. Ob der richtige Trigger für mich dabei ist, das darf ich jetzt sogar selbst am Mikro ausprobieren. Das Knistereis. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Besondere Geräusche und visuelle Effekte. Mit ihren Videos hilft Mina täglich sehr vielen Menschen dabei, sich zu entspannen. Ich sehe mich schon irgendwie so wie entweder so eine große Schwester oder auch einfach eine gute Freundin, weil ich irgendwie in so Momenten bei meiner Community bin, wo sie ja auch alleine sind und irgendwie ist das so ein total, so eine schöne Atmosphäre, wenn ich weiß, jemand geht ins Bett schlafen und ich bin so bei den letzten Minuten sozusagen noch an der Seite. Tschüss. Ob es Ihnen vielleicht auch hilft? Einfach mal ausprobieren. Wir sagen... Tschüss. Das hat ein Frühstücksfernsehen. Bis zum nächsten Mal. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts wie auch immer alle unsere Folgen auf joinen. Frühstücksfernsehen immer und überall. Ihr könnt alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.